Ops! Ops! Ah, oh! Hallo! Da bin ich wieder heil! Irgendwie war mein Ding weg. Bibi! Burn! Okay, das ist... Das ist irgendwie so stupid, dass das einfach überlagert. Amazing. Hm. Warte. Hm. So. Ähä. Damit du zum Spiel hinguckst... Ähäähähähähähähm... Ich weiß nicht. Das Problem ist, mein Bildschirm ist eigentlich vor mir. Das heißt, ich gucke eigentlich gerade. Und wenn ich in den Chat gucke, gucke ich da rüber. Also gucke ich so wie jetzt. Dann gucke ich zum Chat rüber. Ich weiß nicht, ob Spiegel sinnvoll ist. Vielleicht für ein Bild weg. Okay. Bye. Moment. Mensch, guckt uns an. Ich muss sich auf die Seite rüber sitzen. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Jetzt gucke ich eher schon in die Richtung. I guess. I don't know. Keine Ahnung. Das ist komisch. Mhm. Ich weiß nicht, ob vielleicht, wenn ich die Kamera vielleicht mehr in die Bitte nehmen würde. Aber das ist gerade schwierig zu machen. Aber das wäre eine Idee. Wenn ich eine andere Verlängerung drauf packe. Die Kamera ist halt nicht so in der Mitte. Bei sowas kriege ich manchmal Ideen. Kitty hat Ideen. Ideen, Kitty. Kitty D. Stichwort Ideen. Goddammit. Oh. Im Lurk. Bye. Da haut sie einfach ab. Was läuft mit dir? Ja. Boom, boom, boom. Boom. Oh, Kitty kann gefährlich werden. So. Sollte eigentlich alle tot sein. Okay. Warte, warte. Ich schreib mir das ein bisschen auf mit der Kamera. Sonst vergiss ich das direkt wieder. Moment. Ich brauche einen Stift. Was könntest du meinen? Ich habe genug Stifte, aber ich suche immer einen Stift. Ich habe nur drei Milliarden. Und trotzdem suche ich Stifte. Okay. Nee. Sonst müsste ich die Bildschirme wechseln. Müsse ich da drüben. Das könnte ich vielleicht nachher machen. Das wäre eventuell eine Möglichkeit. Ich meine, ich habe jetzt mein Zweitbildschirm. Das ist jetzt noch ein alter. Ich habe einen neuen Bildschirm. Ich habe eine neue Grafikkarte. Mit HDMI. Wenn ich das wechsle, maybe. Maybe. Kann ich mal gucken. Weiter. Ich glaube. Ist eigentlich lautstark vom Game okay? Hat niemand Antwort gegeben, glaube ich. I don't know. Ist okay. Okay. Nice. So. Karte. Warte. Hä? Habe ich das da schon angeguckt? Ja, habe ich. Okay. Äh, Karte. Okay. Jetzt haben wir da oben. Hat es noch einen da? Irgendwie da in der Höhle. Ah, in der Höhle da. Okay. Waffenbrüder. Okay. Da oben. Da drüben. Eins. Eins, zwei, drei, vier, drittisch, fünf. Gute Nacht, Schminko. Danke fürs dabei sein. Gute Nacht. Schlaf gut. Welcher Bank habe ich ausgeraubt? Ähm. Ähm. Meine, 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 mein PC hat so eine schlechte Grafikkarte. Das ist nicht schwierig, eine bessere zu finden. Gute Nacht, Schminko. Hm. So, jetzt haben wir da drüben. Ah, guck mal da. Toads sind so... Waa, waa. Also mal Hals kaputt machen mit Toadgeräuschen. Ha, ha, ha. Oh, damn. Oh, shit. Was ist das für ein Level? Erreiche den Bereich. So. Easy. Durchrennen. Er sollte leben mit viel Reichweite. So. Äh, Rebella hat nicht viel Reichweite. Wenn ich Rebella austausche. Rapid Luigi hat viel Reichweite. Der kann rennen. Renn, Luigi, renn. Oh. Oh, kann ich mit dir noch anpassen. Was kann ich noch anpassen? Schwächungseffekt. Mehr Prozent. Mehr Ziele hitten. Mehr Schaden. Aber mehr Schaden. Okay. Hier geht Robbich heute Frames. Warum? Du kommst definitiv am wenigsten weiter. Ja, siehst du mal. Guck mal, er rennt da einfach schon mal. So kannst du mal hier hinstehen. Dann können die anderen schon mal... Steh mal hier hin. Daher kommen alle hin. Äh, ich möchte gerne Team-Sprung. Danke schön. Baba-Bam. So, kannst du auch Team-Sprung machen? Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du frames. Oh, nicht so weit. Dammit. No! Kommst du so weit? Nee. Hey, lauch. Oh. Das machst du. Unsichtbar. Da, nimm ihn. Erst mal unsichtbar machen. Toad. No, no! So, muss ich genau hören? Ich hab auch gepasst. Wo ist der Bereich? Alter, was muss ich hier von dir? Oh Gott, natürlich trist du. Du. Äh, warte. Moment. Ich muss... Oh Gott! Was ist das für ein riesen Umweg? Ich muss da hinten hin und dann da hoch und dann da rüber und dann da hinten. Oi, 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 oi. Oh, boy. Von hier hoch... Von hier da hoch wäre halt zu weit, glaube ich. Das ist fies. Das ist zu hoch. Hm. Okay, machst du denn das Ding kaputt? Ich hab einen. Okay. Der Luigi muss mir wieder Platz geben. Warte. Einmal kurz gucken. Sonst geht, dass ich hier hinten stehe am besten. Boiing. 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 Das ist zu weit weg. Jupp. Da könnte dann... Da könnte Funkenchen dir näher kommen. So. Der rät einfach nur umrum so. Hallo. Oh nee, der rät gar nicht rum. Aber gut. Feuer! Nur mein Eis. Wasser tut. Feuer und Wasser tut. Okay. Okay, der kommt alle ungefähr bis dahin. Okay. Okay. Goddammit. Vielleicht kannst du fliegen. Zeig mal an. Teamsprung. Nicht so weit. Aber er kommt ein bisschen weiter mit dem Teamsprung. Okay. Äh. Okay. Komm ich auch da dran. Ja. Okay. Da oben sammelt sich einfach eine Riesen-Abi von den Gegnern. Hallo. Und? Feuer. Und? Wasser. Da oben vorbeizukommen wird absolut die Hülle. Sag ich dir jetzt schon. Wie weit geht der? Wie weit geht der? Wie weit geht der? Okay. Wie weit geht der? Wo geht's denn hin? Bis dahin. Dann lass mich probieren. Okay, lass, lass mich Dinge probieren. Boim. Jetzt treffe ich dann auch sicher. Ich seh dich. Oh, hallo, folgen sie. Na, was geht? Hallo. Sorry, ich hab gar nicht auf den Chat geachtet. Ich war abgedenkt mit, äh, ich muss den da abknallen. Biu, 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 biu. Und dann erstmal sagen, du machst jetzt nix mehr. Gute Nacht. Geschirr ist sauber, ich, äh, ich bin sauber und das Essen ist im Ofen. Sag ich, das Essen wäre sauber. Schade. So, die da hinten haben Party. Äh, ja, die gucken zu. Was ist das da oben für ein Abi? Was ist da los? Hat schon Popp ist vor allem, bevor weg ist. Achso. Ja, der Gegner hat Spaß. Ich muss ein bisschen weg von dem. So. Die da oben könnten mich dann nachher anfangen anzugreifen. Damit muss ich einfach rechnen. Wo du den da angreifst. Ist noch nicht gerade der Kiel. Okay, warte. Moment. Ich muss hier schlau spielen. Ha, lol. Ich kann hier schon schlau spielen. So. Okay, ich stelle mal Rousa, 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 ein bisschen weiter weg. Einfach so zu sich halten. Ich gehe jetzt in meinem Kopf, was du zu erschreiben. Was würdest du erschreiben? Okay. Okay. So. Habt ihr oben Spaß? Hm. Mehr Gegner auf. Okay. Also. Können die ganzen Leute mal hochnehmen. Ha, ich nehme sie hoch. Hey, Luli. So, du kommst sogar ein bisschen weiter, hm? Wie stelle ich den hat da? Bin ich nicht dran. Ich küsse mal drauf. Piu, 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 piu. Hm. Ich glaube, da würde ich tatsächlich hinten bleiben. Dass das Essen sauber ist. Achso. Komm ich nicht ran. Will ich es riskieren, da hinzukommen? Eigentlich nicht. Piu. Okay. Piu. Oh, Gott. Oh, no. Oh, no. Oh, Gott. Ah. Okay, aber jetzt schaff ich es da rein. 100 pro. Au. Goddammit. Wasser. No. Hu. Alter, zum Glück treffen die so schlicht, hä? Roselina, jetzt komm. Hui. Retten wir die Toads. Da. Tada. Wir sind im Sezil. Wir sind im Sezil angelangt. Jap, jap, jap. Uh. Blum, blum, blum. Was habt ihr zu sagen? Ich habe das perfekte Kakao-Rezept. Warum meine Leute ausgerechnet hier Hochzeitsfotos machen wollen? Weiß ich nicht. Huh. Das einzige Abenteuer, an dem ich von jetzt an Interesse interessiert bin. Das perfekte Kakao-Rezept finden. Ich habe das perfekte Kakao-Rezept. Ah, ich habe es abgeändert. Aber es ist perfekt. Oh. Da, stay hydrated. Bayern, by the way. Ich wollte fragen. Sollen wir morgen einen Narita-Narita-Narita-Boy machen? Dass wir das haben? Ich habe das Gefühl, sonst schiebe ich es nur noch viel weiter raus. Ich habe zu viele Projekte angefangen, ne? Ähm. So. Wir haben da oben.